Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Fortnite Season 9 Woche 1. Hier gibt es natürlich auch wieder einen geheimen Battle Pass Stern und zwar habe ich die Woche zwar noch nicht abgeschlossen, aber ich zeige euch natürlich für diejenigen, die das Ganze schon abgeschlossen haben, wo sich der geheime Battle Pass Stern von Woche 1 befindet und dafür würde ich sagen springen wir ganz schnell in die Runde rein. Okay, so wir starten die Runde und das Ganze schon auf der richtigen Seite, denn wir müssen hier so relativ in Richtung Lonely Lodge, Richtung Villa unterwegs sein und da würde ich sagen gehen wir einfach mal hin zum Eingang hier bei der Villa. Ich markiere das jetzt so einigermaßen mal genau da wo diese Abzweigung ist, diese T-Kreuzung und da werden wir uns jetzt gleich wiederfinden. Ja, wir sind jetzt so gut wie da, leider laden die Gebäude nicht richtig jetzt hier und hier auf dieser Stelle, ich kann ihn, wartet mal kurz. Ich wollte gerade sagen, hier befindet er sich auf jeden Fall, ihr seht, ich konnte ihn gerade einsammeln, obwohl ich die Aufgabe noch nicht abgeschlossen habe. Hier befindet sich der Battle Pass Stern, falls ihr die Woche komplett abgeschlossen habt, die erste, dann solltet ihr ihn dort finden. Ich hoffe natürlich, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen mal oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat.